Musik 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 Kommst du jetzt runter? Ja ich komm auch. Heil mich dann mal. Aua! Oh, ist am Turm Pappe geblönt. Der Assassin kommt an einem sehr rechten Augenlid an einem Nagelding. Hahaha Schnell Glück gehabt, Hal. Ja, vor allem. Scheiße. Nein, 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 warte dann. Schass vielleicht noch. Echt? 6, 7, 6, 4, 3, 2, 1, Nein, schau, wie steht. Aber versuch was wir dann Wird es dann bei dir auch machen. So, warte auf. Das Gasfest hier ist nicht angekommen. Doch, ist es explodiert. Nein, nein, nein. Das habe ich angezündet. Achso, ah. Schlechte Idee, oder? Was denn? Äh... Ich hab einfach nur fallen lassen. Oder was meinst du? Ich hätte ein bisschen mehr springen. Mit Anlauf und so. Ey, guck mal, das kann ich über dich drüber, ob du guck. Das ist mir Wain. Ich verstehe die Fallschirme. Ja. Ja. Was denn mal? Hier. Ah, genau. Ich verstehe. Warte auf andere Spiele. Warte auf andere Spiele. Warte auf andere Spiele. Komm, 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 komm. Sorry. Wie krass mich an. Spring doch einfach drüber. Hab ich. Aber wo ist er dir? Wir stehen hier. Guckt auf die Map. Du verarscht dich. Nein. Seh ich ja, weil ich seh auch nicht. Du musst weitergehen. Du bist auch noch nicht da. Du popelst doch hin an den Inkas-Wedger rum. Oh, oh. Die wollen mich nicht zuckereißen hier. Die Raiders. Ah, super. Super. Das hat doch überhaupt nicht gebrannt. Warum ist denn das hochgegangen? An dem Auto war auch eine Alarmanlage aneben. Das hat doch nicht gebrannt. Ich bin da drauf gehöbt. So, um. Komm, steh jetzt endlich. Nein. Warum nicht? Ja, nie. Ja, ich komm, ich komm. Da steht ein Chemiker. Was? Oh. Ich suche der Qual nicht. Achso. Gasflush. Was? Das kommt ja recht. Warum? Du musst doch nicht überall rum explodieren. He. Ich muss selbst schon in die Luft gejagen. Was? Jetzt seh ich euch, ja. Sorry, dauert noch ein bisschen. Was? Ich war genug. Aus, fünf. Totes Stoß. Ich wollte doch totes Stoße. Hast du auch... Haben wir nicht noch den Coup abgetreten. Hä? Beim letzten haben wir den Coup abgetreten. Nein. Nein. Du tritt nur drauf, dass er platzt. Ich habe Pistole. Ich auch. Guck. Nicht instecken. Nicht instecken. Nicht instecken. Wir machen den Coup. Du kiggst doch endlich so. Jetzt hopp das Tor. Super. Was zum Teufel? Ich glaube der Frache wird. Ein Schleimer! Ich schreie weil dieser völlig irre Infizierte, denn das Gedärm aus dem Maulbaumet mich mit giftigem Schleim bespuckt hat! Ich bin auf Westfurt. Magenschleim. Ich hab' ich gefunden. Was macht ihr hier? Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt tot zur Spitze. Hier sind Spinde. Dreck. Dreck. Was ist denn nix? Ja, hoch zur Spitze, oder? Na, dich hab' ich nicht gemeint. Ja, versuch mal. Weißt du schon irgendwas, wo's war? Äh, was denn? Wo's aufgeht? Nein. Was, was aufgeht? Also, wir spielen schon das geile Spiel, oder? Wir machen hier Spinde auf. Abgeschlossen, ne? Ach, nein! Schreit da halt so. Hm, 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 alles gut. Nichts passiert. Tut ganz weh. Ich bin erschrockt. Sind ja wieder alle Spieler erforderlich. Bestimmt. Na, das weiß ich nicht. Das wär schlecht. Guck, wie das das Ding nicht wäre hier. Ah ja. Vielleicht schnell der wieder. Und mich? Was denn? Ich war eben auß- auß- außerhalb vom Turm am Klettern. Außen hoch, alter. Ja. Ja. Oh! Äh... Transmitterchen? Wo ist er? Einfach was? Nein, hier oben ist nichts. Ganz oben? Ja, ganz oben war ich. Es zeigt an, dass es tiefer sein muss. Tiefer wär ich. So, hier auf der Ebene muss es sein. Hier ist es. Da blinkt er. Ich hab doch was gehört, genau. Ach, scheiße. Karim! Jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße! Hatte ich befürchtet? Äh... Kann mich mal einer retten? Ich bin... Ach... Moment. Unterhalb vom Turm, da in der Mitte. Ich hab kurz aufgeschlagen. Was? Was? Bist du hier abgerollt, oder was? Ajo! Bist du tatsächlich schon runter gehubst und... Ja! Von ganz oben! Ja, der steht da! Von ganz oben! Hehehe! Hehehe! Schössenerhal! Ja! Ich will auch Assassine sein hier! Das liegt nicht an der Klamotte! Ich geh hier am Stock und der... ...jump da ganz einfach runter! Danke übrigens! Ist eh's beeindruckt! Jaaaa! Jaaaa! Ich mag jetzt schon die Dummischrecken hier! Hmhm! Das kann ich auch! Hmhm! Klatsch! Ah 19, oh nein! Hmhm! 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 Ich muss noch Skille mit, äh... Will das mit der Kleidung was zu tun? Nein, nein, nein! Das ist Wendigkeitsstufe in der Mitte der Skill! Wenn man irgendwo hochklettert oder so, gibt das zwei Punkte dazu! Okay! Ich hab so viele, weil ich die ganze Zeit an dem... ...wo ihr das Spiel am Regel gemacht habt, ähm... ... bin ich am Kran rumgeklettert! Deswegen hab ich so viele davon! Zombie! Ahja! Ich drehe mir keine Kleidung! Geck du mir mal einen Eindruck! Du musst mal einer vom Kran! Ich bin tot! 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 Wo ist Spy? Ich lauf hier rum! Also würde ich jetzt nochmal richtig... ...Motion machen! Tun wir doch die ganze Zeit! Taktisch! Ja, mir fehlt irgendwie die Ballerei! Irgendwas zum Schießen! Oder mit, ja mit mehr Zombies halt. Und auf mich liegt noch das Paket. Zufällige Begegnungen, was ist denn das? Das klingt doch auch interessant, ich hab mal einen Funk gesetzt. Was, wo? Zufällige Begegnungen sind gerade 15 Meter oder so. Kann grad meinen, der war kein Zombie. Ja, hier. Jo, das wird sein. Komm mal her. Hier drinnen in der Gerade vielleicht. Was macht ihr mit dem armen Zombies? Tot. Das ist totmachen. Totmachen und dann tötern. Guck mal. Guck mal. Alter, der knittert. Kann schon auch. Jeder. Der knittert wie auch. Guck mal, ich kann über dich drüber hüppeln. Hüpp. Du kommt der Gas, Mann. Hauf die Flasch. Weg. Flasch getroffen. Kommt noch renner. Weg. 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 Boah, seid ihr doof. Ich wollte weg. Ich wollte weg. Ich wollte doch Blindern stellen. Naja, ich wollte wenigstens weg. Hau ihn! Hau ihn! Da lag der schwarze Assassine am Boden. Hat gut ausgesehen. Seid beide weggeplacht wie die... Ah, tue ich doch so. Hallo, sieben Sekunden. Sechs, fünf... Drei, zwei, eins... Bin tot. Oh, sorry. Hat er sich selbst verarscht? Ich hab das nicht gesehen, ey. Ich hab dich doch wiederbelebt. Du war ein bisschen draufgestanden. Ey, hab was schon geplündert. Ich hab dich wiederbelebt und du nur hat mich einer angegriffen. Dann hab ich angefangen zu hauen. Und ich hab dich gesehen da hocken und dachte ich... Ich dachte auch, du bist wiederbelebt. Ich wollte so, dass dir das schlecht geht. Wie geht das so? Ich müsste was sagen. Hab ich doch. Nein, hab ich nichts gesagt. Ja, fünf... Fünf, drei, hab ich gehört. Da hat mich einer gehauen und da hab ich aufgehört. Da dachte ich, lebst. Dann bin ich weg. Entschuldigung. Nein, nein. Ich bleib wiederbelebt. Nein. Doch, statt mich wiederbelebt zu beleben, hast du wohl... Ja, rumgewickelt die ganze Zeit schon. Das war wahrscheinlich geplündert. Nicht gewickelt. Ich hab Verbandszeug in der Hand gehabt. Müssen wir jetzt nochmal testen, ey. Ich weiß gar nicht wie das geht hier mit Heilen.